das update hat sich unnormal gelohnt leute in unserer runde das heißt sie werden wieder 100 stream snipe haben was ein krankes update es gibt einfach ein regenwurm das mutterschiff hat sich weg bewegt ich hab's dir gesagt guck mal wie geil die ufos sind weg geil mann wir können keine coolen minigames machen keine goldenen items wie die ufos sind weg bro guck mal wie geil die idee von ford nein das ist dings wir zocken doch hier dingsbums hauptnah mitten im fall erholt was zu trinken du bist so komisch von mir weggerannt da dachte ich okay das ist ein böser bandit leute gleich wieder die schuld auf mich schieben warum hast du mich nicht verteidigt ja weil du einfach mitten im flug afk gehst er wird erst mal reportet ja oh mein gott der wird erst mal reportet ja keine waffen kommen die kommst du dir ohne waffen ja ja kiel es ist aber geil aus leute jetzt gehen sie echt geil aus ja das gibt's doch nicht wie viele leute sind denn hier wir müssen schnell schnell wieder blieben gehen jungs go 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 ich möchte hinten neben kelly ansitzen aussicht baulich guck dir mal den regenbogen an aber warum haben wir noch kein jetpack leute damals gab es immer die kostenlos aber eigentlich gut dass man die jetzt nicht direkt am anfang hat agam ist auch drin es ist so krank mit dem ich habe agam gekillt vielleicht wird er wiederbelebt möchte nicht dass die fox hier beleidigt ist auch nicht nicht krieg vox ist ein guter freund von uns er war außerdem mal mein schüler ja was machen die da ist die hochzeit gerade hochzeit die dg sind so viele leute ja guck mal ich werde überfahren wie schlecht ja guck mal warum er kennt mich die gabrieren los wer hat man den ball lassen 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 also den den werden wir sehen lassen er wird gebannt und verliert sein golden wie das ja wieso hat mir kein jetpack mehr zum anfang nicht ist das verbaut sie spielen hautnah modus ohne jetpack oder was das sind das modus das jump hat ist da es braucht mir den schlaf mit der zone mitgehen dann können wir mit den ganzen leuten herum gehen ich komm mit dir ich muss alle metz fahren leute ist alle metz vergessen die können uns ja gar nicht ein umpa lump hat dich überfahren das scheiße heute macht fordner richtig bock obwohl wir nur eine runde gespielt haben das update ist zu krank leute update ist hautnah modus einfach so ein krankes update drop nicht checks einfach ich habe granaten wo wir können granaten in die letzte zone reinschmeißen mein gott die das heißt das ist nicht das wird nice die da hinten ist schild mehr fahren leute wir müssen eigentlich jetzt schon in der zone machen sonst schließen wir uns runter ich denke mit ein schaffen dass sie sie die zonen bauen war da hoch ja leute muss abbauen ich habe ich habe ich habe ich kann erwarten lassen die zonen laufen denn ich schieße hast du gestoßen oder was du hast gar kein damage bekommen doch doch einfach hautnahen fotos mit verpackten jetpacks okay ich brauche geil ja das von hier schon bauen leute nicht abbauen jetzt unnötig guck mal wir können jetzt spaß haben wenn alle jetzt hochkommen geht hoch ich bin der letzte der hoch geht hast mit euren autos auf geht schnell hoch 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 ich bin tisch nein das ist doch nicht deren ernst oder nein die haben das verändert oder was also wirklich alter wie schlecht will man fortnehmen macht einfach ja ja und jetzt war ich auch mal runter hol mich mal das ist doch nicht deren ernst oder das ist doch das geilste an dem modus alter ich weiß nicht ob ich das realisiert habt jetzt gerade da oben da war einfach so man kann doch in dem modus so alles skyways gebaut haben das unnormal spaß gemacht hat kann man jetzt einfach kein dings mehr bauen kann es gibt es mehr guckt mal wie ich sich das ist man kann noch bis zu dieser höhe bauen das heißt voll weg alter es gibt nicht mal jetpacks so das tut weh leute das tut wirklich weh also das ist echt schlecht ich check auch nicht so als ob ein stück kindheit genommen wird ja bro ich check auch nicht wer auf die idee gekommen ist vor ort okay lass mal im hautnahen modus da wo jeder eine skybase baut und wo jeder das feiert lass doch einfach mal eine begrenzte zone rein wo das keiner mehr eine skybase bauen kann das ist so scheiße wer kommt denn auf so eine idee in da ist jemand falsches sitzt dort bei epic games und brauche ich kann mir nicht vorstellen dass irgendjemand beschwert dass leute hier eine skybase bauen das tut wirklich weh sowas zu sehen also das hat mich gerade ich bin traurig ich bin wirklich traurig gerade ich weine gleich einfach versaut sollen wir trotzdem einfach mini skybase machen kommt leute da machen wir mini skybase bauen ja wow skybase auf ruhig bestellt ist auch nicht bestellt ist nicht verpackt man sieht das ja das macht leute das haben wir extra reingebracht leute ich brauche jetzt also wenn die das im normalen modus auch gemacht haben dann wieder runter dann kommt jetzt hier treppe seite da mannst du kriegst gleich für weil es nicht auf kombination jetzt wir sind alle runter gekommen so ja komm raus du kriegst gleich für jetzt schwimmen da ist ein uhr-utern digga wo ist unser team das war so lustig dass er so lustig und dass der skybase auf dem einen kannst du nicht vertrauen der schießt die ganze zeit weiß ich nicht irgendeiner hat ich brauche ganz viel viel also ich sage euch ehrlich ich wollte mich wollte sogar sagen lassen noch mal die runde machen weil das so gut ist aber das mit gab es hat meine laune habe ich keinen bock noch was er gibt mit dem one-shot oder sein los weil ich hole deine karte und kann ich wieder leben die machen einfach anstatt daraus einen neuen ltm zu machen verkacken die würde ich den kompletten hautnah modus ist ja anbeliebebilder obwohl das musste ich raus muss ich mache ich ich bewohnte ich bewohnte sein landesland ich versuche ich muss jetzt manche 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 aber